Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute kommt nun endlich der zweite Teil meiner Serie Die Bewohner des Regals. Und ich wünsche euch damit viel Spaß und falls ihr ein Buch aus diesen zwei Regalböden kennt, es bereits gelesen habt oder einfach nur diskutieren wollt über dieses Buch oder über etwas anderes, dann würde ich mich über einen Kommentar unten in den Kommentaren sehr freuen. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss! Kommen wir nun zu den nächsten zwei Bücherregalbrettern meines Regals für die Gegenwartsliteratur. Und als erstes befindet sich hier Deborah Feldman mit Ununderdox, obwohl ich gerade feststellen muss, dass dieses Buch hier eigentlich im falschen Regal steht, weil es sich hierbei um eine Autobiografie handelt und ich solche Bücher immer noch mit in das Sachbuchregal mit einsortiere. Ja, hierbei handelt es sich um die Erzählung bzw. die Nacherzählung des Ausstiegs der Deborah aus der ultraorthodoxen Gemeinschaft der Juden in New York. Ja, sie berichtet uns, wie das Leben da im Allgemeinen ist, wie sie ihre Kindheit verbracht hat, ihre Jugend und wie sie den Ausstieg aus dieser Gemeinschaft bedetigt. Ja, als nächstes hätten wir dann hier Leide ohne Schutzumschlag. Ich hatte das damals von Rebuy so erhalten bekommen. Und zwar handelt es sich hier um Der Friedhof von Prag von Umberto Eco. Ja, ich habe schon relativ Gutes über dieses Buch gehört und freue mich schon sehr. Und ich hoffe, wie so viele andere Subbücher von mir bald lesen zu können. Genau. Dann habe ich hier Die uns lieben von Jenna Blum oder Blum. Je nachdem, ich weiß jetzt nicht, von woher die Autorin kommt. Ja, darüber habe ich noch nichts gehört, bin aber schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich hier ein weiteres ungelesenes Buch. Und zwar handelt es sich hier um. Frederick Bachmann, Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Ja, mal sehen. Aber auch noch nichts ist wahrscheinlich von mir wieder ein reiner Coverkauf, so wie ich mich kenne. Ja, ich glaube der Klappentext hatte mich damals angesprochen. Und mal sehen. Es ist ja noch eingeschweißt. Mal sehen, wann ich dazu komme. Als nächstes hätten wir dann hier den ersten Teil der Reihe von Lucinda Riley. Und zwar die sieben Schwestern. Wenn ich mich nicht recht erinnere, dann sind das sieben Teile. Und zwar handelt hier von jener Schwester ein Band. Und mal sehen, ob mir das gefällt und ob ich die Reihe verfolge. Oder ob das mein erster und letzter Band dann gewesen ist. Dann haben wir hier als nächstes den Distelfink von Donna & Tarte. Diesen habe ich, wenn ich mich recht entsinne, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres gelesen. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wenn ich das genau wissen wollte. Ja, ich fand den Distelfink gut. Aber ja, also diesen extrem großen Hype konnte ich nicht unbedingt verstehen. Also ich fand es jetzt nicht schlecht. Es war interessant, auch die Thematiken. Und zwar verfolgt man hier den Theo ja quasi durch sein ganzes Leben. Wie er zu Beginn durch einen Bombenanschlag oder einen Terroranschlag, je nachdem, ob man es bezeichnen möchte, seine Mutter verliert. Und welche Konsequenzen bzw. welche Folgen das für sein weiteres Leben mit sich bringt. Genau. Als nächstes hätten wir dann von Richard Flanagan, der schmale Fahrt durchs Hinterland. Das Buch hatte damals die Literaturlehrm von dem YouTube-Kanal vorgestellt und hat es sehr empfohlen. Und dadurch die Thematik sehr interessiert, habe ich es mir dann einfach mal gekauft. Als nächstes hätten wir dann hier das Seelenhaus von Hannah Kent. Und zwar geht es hier um den realen Fall von Agnes in Island. Und ja, ich mochte dieses Buch aufgrund seiner Stimmung. Und ja, also dieses Buch ist wirklich besticht durch seine Stimmung, durch Island, die Schilderung und ja, einfach die ganze Atmosphäre. Also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Schaut es euch mal an, wenn ihr, ja, die Thematik euch zusagt. Ja, dann haben wir hier ein Buch von Wolle Soliang, die Zeit der Gesetzlosigkeit. Ich glaube, das hatte mir damals eine Freundin vom Bücherflurmarkt mitgebracht, aber keine Ahnung, was es da jetzt geht. Ja, dann haben wir hier als nächstes das Lavendelzimmer von Nina, ähm, Giorge. Und zwar geht es hier um, ja, einen, äh, Buchliebhaber, der eine, äh, 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 eine, ja, Buchhandlung hat. Und ja, so, so, so seiner großen Liebe, ähm, hinterher, ähm, ähm, äh, es war ganz nett. Aber, äh, wenn man es, äh, nicht gelesen hat, dann ist das auch in Ordnung. Genau, als letztes in diesem Regal hätten wir noch die souveräne Leserin. Auf dieses Buch bin ich wirklich schon, ähm, sehr gespannt. Es ist wirklich nur ein ganz, ganz schmales Bändchen. Oh Gott, jetzt bin ich aus dem Bild hier. Ähm, also relativ, ähm, klein. Ja, ich bin trotzdem noch nicht dazu gelesen, äh, zu lesen gekommen. Genau, aber ich bin schon, ähm, sehr gespannt. Ja, das war dann, ähm, quasi das erste Band, äh, das erste Band, das erste Regal. Und jetzt kommt, ähm, das darunter folgende. Genau. Eine Etage tiefer kommen wir dann zu meinem John Grisham Regal. Wobei, ähm, nicht ganz. Und zwar haben wir hier noch, ähm, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Oubry. Ja, mein Französisch ist nicht sehr gut. Ähm, der steht halt hier noch drin, weil, äh, ja, so schmal und kein anderes Buch dazwischen passen würde. Ja, genau, ähm, ich habe ich alle, ähm, John Grisham Romane sozusagen versammelt, weil, äh, ja, das gerade so passt und, äh, kein großes Regal sozusagen einnehmen sollte. Ja, ich mag eigentlich sehr gerne John Grisham so als Abwechslung mal. Wenn man zwischen zwei, ähm, Themen manchmal hin und her switcht, dann finde ich immer, ähm, eignet sich manchmal doch schon so ein, ähm, typischer John Grisham Roman. Da ja meistens so Themen, ähm, ja, gerade aktuelle Themen mit, äh, mit, ähm, mit einem, mit einem Anwalt oder einer Anwaltskanzlei so ein bisschen behandelt. Ja, ähm, von diesem John Grisham Roman habe ich mir damals relativ viele zugelegt. Vor allem hier diese Taschenbücher, weil, ja, man erhält sie ja schon vor allem die Älteren doch recht günstig. Ähm, gelesen habe ich da von diesem John Grisham Roman die Anklage. Hierbei geht es um ein, ähm, Bergwerk und welche Konsequenzen der Abbau, beziehungsweise, ja, dieses, dieses, oder, ähm, äh, ja, Krimi, ich weiß gar nicht, in welche Branche man das auch ein, Branche, äh, Genre, ähm, einsortieren kann. Aber hier geht es halt um den Abbau, ähm, eines, ähm, Kohlekraftwerks und, äh, ja, was da alles so passieren kann. Ähm, bei dem Regenmacher, ich fand den Regenmacher damals wirklich richtig gut, obwohl der, der Roman, ähm, sehr, sehr langsam ist und relativ untypisch von John Grisham, ähm, sich aufbaut und wirklich seine Zeit benötigt. Und einen auch nicht so in, ähm, das Buch hineinzieht, aber dennoch seinen Reiz hat. Und zwar geht es halt, wie soll es anders sein von John Grisham, um einen, ähm, ähm, Anwalt, der gerade erst anfängt, Anwalt zu sein, also nach seinem Studium. Und da, ähm, den Fall seines Lebens sozusagen, äh, ja, meistern muss. Und dann haben wir hier, ähm, sozusagen meine Taschenbücher von John Grisham. Die ersten habe ich noch nicht gelesen. Hierbei handelt es sich hier so um einen der neueren. Hier eher um einen, um die älteren. Auch, ähm, der bekannte, die Jury, ähm, Roman, also der ist ja bereits verfilmt worden. Und zwar geht es hier um den Fall eines, ähm, Schwarzamerikaners, der, ähm, ja, ähm, selbst Justiz, ähm, verübt und der hier, ähm, behandelt wird. Also, wer diesen Roman noch nicht gelesen hat und auch den Film noch nicht kennt, den kann ich sehr, ähm, empfehlen. Obwohl ich gerade merke, dass es gar nicht mein allererster John Grisham war, sondern es war, ähm, die Firma, welches ich hier nicht mitstehen habe, weil ich es mit Namens nur ausgeliehen habe. Ja, und dann haben wir halt hier noch so, noch drei weitere Romane von ihm, die ich allerdings auch noch nicht gelesen habe. Ja, also ich lese John Grisham-Romane eigentlich wirklich nur gleich maximal ein im Jahr, so wenn mir die Lust danach steht oder wenn man halt, ähm, mal was Leichtes lesen möchte. Ja, genau, das waren nun, ähm, wieder meine zwei Bücherregale. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet, falls ihr eines der Bücher kennt oder eines der Bücher, ähm, empfehlen könntet oder einfach nur darüber diskutieren würdet. Genau, dann freue ich mich von euch zu hören und wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag und, ähm, bis bald. Tschüss! Tschüss! Ja! 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 Vielen Dank.